Ja, hallo, zurück zu Fallout. Ich bin hier in Dynamic City, äh, Diamond City, Diamond City, Diamond City, Mann, okay, Diamond City. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hierbleiben willst. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Lady? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Ich glaub dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Lady. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Nach einem Baby. Es wurde entführt. Ein Baby? Wow, das ist neu. Meistens sind es Erwachsene. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt's nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Was weißt du noch über diesen Mr. Valentine? Ich weiß, dass alle Erwachsenen, die dorthin gehen, das niemals zugeben würden. Ist das nicht mal wieder typisch? Den Leuten, die einem am meisten helfen, dankt es mal wieder niemand. Danke. Du hast meine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Okay. Doggy. Oh, hier gibt's jede Menge anzuschauen. Entdecke Diamond City, Markt, okay. Der entdeckte Markt. Laborstation, okay. Okay, Clown ist nicht. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Hi. Oh, hallo. Wieder jemand armes und dummes aus Diamond City, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erweckern? Und? Das hat gar nichts zu sagen. Naja, ich brauche zumindest Hilfe. Wusste ich's doch. Warte, ich hab ein paar Kronkorken, die ich dir geben kann. Hier, nimm das und verschwinde. Wer bist du eigentlich? Anne Codman, von den Codmans. Aus den Upper Stands. Wenn du noch nichts von uns gehört hast, zeig das nur, wie unwichtig du bist. Also, verschwindest du jetzt oder nicht? Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Ja, die ist ja geil drauf. Okay, lecko mio. Ich wollte eigentlich einen Haarschnitt. Naja. Ah, Clown ist, glaube ich, echt voll nicht angesagt. Karte aktualisiert, okay. Ja, ist ja schon klar. Wir anderen Helden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Was verkaufst du hier? Alles, Ma'am. Miss Mörner beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Ich habe ein paar Minuten, um das Angebot anzusehen. Waffen, alles klar, der hat wohl alles. Ich brauche mal Hilfsmittel. Auf jeden Fall gut ausgestattet. Mal gucken. Der helft nicht. Zwei. So, was kann ich denn mal verchecken? Okay. Was kann ich denn mal verchecken? Was ist denn hin? Okay. Okay. at Aaron. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Detektiv. Oops. Hmm. Hmm. Okay. 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 Ich meine, wir können da jetzt direkt mal hinlaufen. Okay. 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 Ja. Okay. 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 Jetzt müsste ich natürlich mal kurz gucken. Okay. 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 Wenn es passt. Okay. Ja. Da komme ich nicht durch. Okay. es wird seinen Sinn haben. Oak Street, so, wenn ich hier hingehe, sind die nicht gut drauf, oder? Keine Ahnung, ich laufe jetzt erstmal hier weiter. Medical Center ist jetzt nicht so schlecht, aber... Laufen, Combat Zone hört sich nicht gut an. Das sieht gar nicht gut an. Okay. Hey, niemand hier. So, ich will nochmal eben kurz ins Questlog gucken, weil ich glaube, ich hab hier irgendwie... Ja... Find in the Valentine. ... 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 da irgendwas cooles haben wir die auf den favorites da möchte ich dir gerne hin hallo so und so weiter und so fort die beste entscheidung aller zeiten schau dich doch nur mal um und trotzdem melone ist schwach wir erwischen diesen detektiv beim rumschnüffeln und was macht er sperrt ihn ein und fehlen die reichen einfach umzunehmen ok ich brauche trotzdem mal kurz eine kleine noch einer da von den doofies verschwunden das glaube ich kaum willst dich wohl verpissen ha 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 da da w w w we hier Ja. Sonst noch was? Nö. Oh, Mitarbeiter gekündigt, na gut. Vielleicht das dann nochmal irgendwie anschalten hier. Okay, lecko mio. Okay. Kochplatte. Kochplatte. Nö. Okay. 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 hinterher wenn ich hier runter gehen wahrscheinlich nicht jetzt wieder aufsammeln ja Okay, ich denke, das reicht für diese Session, aber, ganz ehrlich, das ist alles ein bisschen zu heavy für mich. Ich habe überhaupt kein cooles Equipment, bin hier bisher nur rumgerannt. Das ist eigentlich eine schlechte Taktik. Deswegen, ich mache mal übel 10 Verpisser und mache erstmal die leichten Quests. Also, bis dann, ciao! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!